Nummer 5. Kreatoff, mechanisches Metronom. Es muss nur geladen werden. Sie können den Pendelschwung nutzen, um Rhythmus und Zeit zu finden und das Pendel bewegen zu lassen. Das Kreatoff-Metronom hat ein klassisches Design in der Form einer eleganten schwarzen Pyramide. Es verfügt über ein zentrales Pendel, das das von Musikern am meisten geliebte klassische Modell ergänzt. Es funktioniert ohne Batterien. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 4. Wittner, mechanisches Metronom Klein, hergestellt aus hochwertigem Material. Das Gewicht des Produkts beträgt 200 Gramm, in Rubinrot lackiert, aber in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3. Mechanisches Wittner Metronom, pyramidenförmig, Kunststoffgehäuse mit Federaufzug ohne Schallbecher, Kunststoffschutzkappe, Holzimitation, Made in Germany, Farbe Schwarz, aber in anderen Farben erhältlich. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Mechanisches Metronom, pyramidenförmig, schwarz, mit einer hochwertigen Mechanik gefertigt, hohe Präzision, keine Trommeln erforderlich. Das Metronom hat einen Akustik-Click-Camping, erzeugt einen klaren und lauten Klang beim Spielen von Instrumenten. Das hörbare Klicken und der Glockenklang garantieren den Rhythmus. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1. Wittner, mechanisches Metronom in Pyramidenform, Gehäuse in Holzfarbe Mahagoni Matt, in anderen Farben erhältlich, mit Schallbecher. Ausgezeichnetes Produkt, hergestellt in Deutschland. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020